Was ist für mich so, wie wenn Sie einen Musiker fragen, da gibt es so gestandene Orchestermusiker, was weiß ich, bei den Philharmonikern, ich kenne viele, die sind wunderbare Musiker und verbringen ihr Leben mit ihrem Cello und so. Und dann kommt einer, ein ganz junger, der sieht das gar nicht an und alle machen, was der sagt, weil er einfach eine außergewöhnliche Begabung ist. Im Musikalischen ist das öfter so zu beobachten, weil die Kriterien objektiver sind da. Für mich ist die Begegnung mit der Sandra Hüller so. Also ich kenne keine Schauspielerin, bei der Kopf und Zwerchfell so nahe zusammen sind. Sie hat einfach kein Problem mit Glaubwürdigkeit, nie, egal was sie macht. Toll. Also das war sozusagen, ich glaube, das Grundanliegen der Regisseurin. Was man ja meinen möchte, was müsste das Grundanliegen eines jeden Regisseurs sein, der einen guten Film machen will. Das ist aber nicht so. Ich glaube, Regisseure wissen vergleichsweise wenig von Schauspielerei. Viele. Und Maren Ade war da so geduldig, mit sich selber auch. Und die Arbeit mit ihr fordert jeden bis zur Grenze. Das ist schon so. Ich habe in Cannes mit dem geredet, der da die Untertitel gemacht hat. Und der war begeistert von dir. Der hat aber gesagt, ich habe noch nie in meiner Lebe so viel gearbeitet, hat er gesagt. Jeder, der in die Quere kommt, muss bereit sein, so richtig sich ins Zeug zu legen. Und jetzt sind Gott sei Dank zwei Jahre vergangen, aber ich erinnere mich schon, dass es hart war, die Arbeit. Also da bei, was weiß ich, 35 Grad im Schatten auf den Ölfeldern rum zu stapfen und nochmal und nochmal und nochmal. Und nie so genau zu wissen, oder sagen wir mal so, zu wissen, dass man damit leben muss, nicht sagen zu können, jetzt haben wir unsere Sache gut gemacht. Weil dieses Kriterium ist kein Kriterium. Es geht nur um den Moment, wo es passiert, wo es ist, ein Moment der Wahrhaftigkeit, des Nichtgespielten. Und das entzieht sich oft sozusagen dann auch der Beurteilung. Und das Tolle an dem Film ist auch, dass der einem keine Meinung hat. Der setzt sich auch auf keine Pointe drauf. Das kommt alles so beiläufig. Ein richtiger Profi, gerade ich spiele ja viel Theater, der kann hier einige verschenkte Pointen entdecken. Aber wirklich verschenkt sind sie nicht, weil auch zum Beispiel, wenn man sagt, da war das der Tiriak da, der Tiriak. Und der will wirklich, den Tiriak sieht da nur, wer wirklich in dem Moment gerade hinschaut, auch vor seinem Publikum. Sonst haben sie ihn verpasst. Jeder andere würde sagen, Tiriak, da machen wir einen extra Insert, machen wir einen Schnitt auf ihn, auf den Tiriak, so. Und da sitzt dann, das lassen wir so und so. Alles das macht sie nicht. Also hat, finde ich, großen Respekt auch vor der Aufmerksamkeit des Publikums und traut denen viel zu, den Zuschauern. Und da fühlt man sich wohl als Zuschauer. Ich sage immer, das ist ein bisschen so, wie ich mich wohlfühle, wenn ich eine Tschechow-Erzählung lese, die auch nicht beurteilt und auch niemandem zu etwas nötigt, zu einer Meinung. Ja, ich finde es nicht nötig, sozusagen die Schublade zu finden, wo er reingehört, der Film. Für mich ist es, ich finde ihn hochpolitisch, wenn man ihn so sehen will. Ein Ausschnitt aus unserer Gesellschaft durchaus, ohne irgendwelche irgendwie dogmatisch zu werden, sondern sie kann eben nicht nur geduldig und gut einen Film machen und drehen, sie kann auch super gut schreiben. Sie hat zum Beispiel auch für Casting immer extra Szene geschrieben, weil sie nicht wollte, dass sich die Szenen irgendwie abnudeln und schon verbraucht sind vom Casting, die man dann im Buch hat. Und das ist ja ganz mühelos offensichtlich. Und wenn man das dann spricht und spielt, dann merkt man, wie reich das ist. Also ich finde, politisch hält das Ding super stand. Als Tragödie würde es sich eigentlich auch eignen, wenn man sieht, ein einsamer Mann, Hund tot, letzter Klavierschüler geht und dann findet er keinen Kontakt zur Tochter. Und dann diese verzweifelten Versuche gehen ja eigentlich auch nach hinten los, würden ja vollkommen nach hinten los gehen, wenn sie nicht doch auch ein bisschen, sie macht ja ein bisschen mit, das ist ja das Schöne. Sie provoziert ihn ja auch, sie reitet ihn sogar ein bisschen weiter rein, indem sie ihn vorstellt als Coach. Also, ja, ich finde, es ist wie jede gute Komödie, kann man auch ein bisschen, also ich habe geweint. Also ich habe, ja, wir haben ja ungefähr, sage ich jetzt, wirklich untertrieben 100 Perücken probiert. Bevor wir dann die zweite, glaube ich, genommen haben, wie das so ist, ja. Und dann musste das mit den Zähnen ausprobiert werden. Die sind auch nicht einfach irgendwelche Scherzzähne, sondern da ist viel, viel Zeit und viel Genauigkeit verwendet worden. Diese Maske zusammenzustellen, das ist nicht, das sieht ja so aus wie einfach irgendeine Karte, die der da aufsetzt, aber das ist schon ziemlich ausgeklügelt, dass das so etwas wie zwischen Helge Schneider und, was weiß ich, Rolling Stones, Mick Jagger oder Keith Richard oder so, mit Brille und so, also sollte auch was Verwegenes haben, ja, wo der, Spießer ist er ja keiner, aber halt der Bürger plötzlich mutiert, für Momente jedenfalls zu einem richtigen Bob-Helden oder sowas, ja, für so, dass man denkt, ey, dass man, also das ist nicht so leicht, und da haben wir viel rumprobiert daran. zuspannung. Musik Musik